Hallo und ganz herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog, meine Damen und Herren, schon erst ihr wieder eingeschaltet habt und ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, aber ich mach heute Sport. Bevor hier aber irgendwas passiert, frühstücke ich jetzt erstmal. Boah, Freunde, hier schön Ruhi mit Speck, gibt's doch nichts Geiles am Morgen. So, Freunde, und damit das Ganze natürlich passt, und das ist natürlich auch hier passend zu dem Video eine Banane. Einfach. Wenn ich will, dann kann ich gesund leben. Ne, jetzt mal Ruhi, Freunde, mir wurde der Vorschlag gemacht bei Instagram, dass ich mein Sportvideo machen soll und dann dachte ich, boah, schon anstrengend, aber ey, warum nicht, ich nehme euch immer gerne mit in meinem Leben, was ich so mache. Inzwischen, ey, Kochvideo habe ich schon gemacht, dann, keine Ahnung, meine Vlogs gefallen euch ja generell immer voll gut, deswegen heute tatsächlich Sport mit Marvin. Ja, ich freue mich. Könnte nichts Besseres geben. Woo! So, Freunde, reicht, ne, wenn es gefallen hat. Ja, tschüss. Spaß, Freunde. Ja, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 so ein spannender und jetzt werde ich mich erstmal ausruhen und Freunde, aber kann ich euch nur raten, macht auch gerne mal Sport, kann ich euch nur jedem empfehlen und jetzt haut rein Freunde, ciao. Untertitelung. BR 2018